Möchtest du vielleicht mal kosten? Aufgepasst! Gleich hüpfen die Gummibären zu euch nach Hause. Das ist einfach toll! Was ist jetzt los? Schnell, fangt sie ein, sie darf uns nicht entkommen! Bleibt dran und lasst euch von eurer Gummibärenbande verzaubern. Grrrr! Ich sagte, gebt auf, oder? Oder grrrr! Oder grrrr! Gebt nicht auf! Gibt's noch was anderes zwischen grrrr aufgeben und grrrr nicht aufgeben? Was? Kippi Langstrumpf. Heute, 12.10 Uhr. Im Disney Channel. Hallo bei 60 Experimente in 60 Sekunden, der Sendung für die Genies von morgen. Autorennen sind dir zu langweilig, die Pressurreiten ist zu steif, Fußball findest du doof und die Tennisspieler sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Es gibt einfach keinen Sport mehr, für den du dich begeistern kannst, oder? Experiment PK31. Das Farbenrennen. Top! Die Uhr läuft! Hol dir die Meisterschaften für die schnellsten Farben der Welt nach Hause. Glockenbettleuten und Sockenwettqualmen kannst du erstmal vergessen. Die Zutaten. Drei Streifen Toilettenpapier, ungefähr 2x20 cm. Drei verschiedene Farbstifte, Wasser und eine Schüssel. Aber nicht zu groß, es wird ja ein Farbenrennen und kein Farbenwett schwimmen. Und jetzt kommst du. Die drei Streifen schön flächig bemalen, dabei die unteren 2 cm freilassen. Das Wasser in die Schüssel und jetzt die Streifen eintauchen, aber nur 1 cm tief. Nimm die Streifen wieder raus, trockne sie an einem Ende kurz an und los geht das Rennen. Alle drei Farben laufen um den Sieg, aber eine wird es schaffen. Nur eine, es ist blau! Warum? Die Farben laufen in verschiedener Geschwindigkeit, abhängig von der jeweiligen Wellenlänge und der Energie der Photonen. Hey! Nicht Fotoapparat, Photonen, hab ich gesagt! Und das war nur eines von 60 spannenden Experimenten exklusiv in einem Disney Channel. Tschüss! Aber Achtung! Gegen Risiken und Nebenwirkungen empfiehlt es sich immer, einen Erwachsenen in der Nähe zu haben. Tschüss! Nur schön mutig sein. Okay, dann mal los! Jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Mit ganz viel Maus-Power. Ist das wahr? Komm raus, du Maus! Am Samstag und Sonntag ab 11.30 Uhr im Disney Channel. Sesam öffne dich für eine weitere Folge von Aladdin. Na, da bin ich ja sehr beruhigt! Spar dir deine Ausflüchte, Sultan! Teppich, flieg! Flieg mit in eine magische Welt und lasst euch gleich bei Aladdin verzaubern. Wir machen uns eine schöne Zeit zusammen. Einfach mal was Neues probieren. Alles klar, alles klar, hab's geschafft! Ich hoffe, du tust nicht das, was ich denke. Böses Pärzchen! Einfach die beste neue Serie. Einfach Curry. Demnächst im Disney Channel. Gebt, dich noch China. Jung. Ab nächstes Track, sehen Sie ja actual. Bis zum o temperatures. Bis zum pert CC, sage ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.